Die Notenbanken sind allmächtig, denn sie können ja jederzeit Geld drucken. Was soll also passieren? So lautet das Mantra, sagen wir besser vielleicht das Glaubensbekenntnis der Märkte in den letzten Jahren. Aber so wie es aussieht, könnte dieses Mantra bald sterben, denn es ist offenkundig so, dass wir in einer extremen Situation sind. Wir hatten erst die Extremsituation Corona mit totalem Lockdown, dann mit teilweise Reopening der Wirtschaft, mit der Zerstörung von Lieferketten, mit De-Globalisierungsprozessen auf der einen Seite. Und jetzt bekommen wir obendrauf noch eine Energiekrise und dann wird aus dieser Inflation, die wir seit einigen Monaten haben, wahrscheinlich eine Stagflation, weil die Kosten so immens steigen für die Firmen. Die müssen sie weitergeben an die Konsumenten. Sie kennen die Litanei, die Konsumenten müssen höhere Löhne fördern und so muss dann eigentlich die Notenbank reagieren. Aber was soll die Notenbank machen, wenn sie dann die Geldpolitik strafft, dann schwächt sie die Wirtschaft noch weiter ab, die sich aufgrund dieser Energiekrise ohnehin schon abkühlt. Wenn sie nichts macht, dann schießt die Inflation weiter nach oben und das Chaos wird perfekt. Und das zeigt, Notenbanken sind nicht allmächtig, sondern sie sitzen ganz, ganz dick in der Falle. Und das sollte jene ein bisschen nachdenklich machen, die sagen, buy the dip, denn das könnte vielleicht der perfekte Sturm werden. Eine machtlose Notenbank, die nichts tun können, die egal was sie machen, nur zwischen Pest und Cholera wählen können. Und das ist nicht die allerbeste Voraussetzung. Schauen wir uns die Dinge mal an. Steven Roach, den Sie vielleicht kennen, hat heute in einem CNBC-Interview die Dinge nach meiner Auffassung sehr gut auf den Punkt gebracht. Die Wahrscheinlichkeit für weitergestörte Lieferketten, für Bottlenecks, für Flaschenhälse, die von einer Area zur anderen springen, von einer Gegend, von einer Branche zur anderen springen, das ist das, was so an die frühen 70er Jahre erinnert, damals ja diese massive Inflation auch. Und das deutet darauf hin, dass die Inflation länger anhält als gedacht. Und das ist besonders besorgniserregend. Und da stellen sich ernsthafte Fragen, so Steven Roach, über die Weisheit der Notenbanken. In der Tat, jene Notenbank, die uns das Transitory-Lied singen, Tag ein, Tag aus und dabei unglaubwürdiger werden von Tag zu Tag. Jetzt hier zum Beispiel, was passiert eigentlich, wenn eine Stagflation ist? Also wir die Situation haben, dass die Preise weiter steigen oder sehr hoch sind, gleichzeitig sich aber die Wirtschaft abkühlt. Was willst du dann machen? Wenn du die Zinsen anhebst, dann reduzierst du zwar die Nachfrage möglicherweise, indem du das Geld verknapst, aber dann hast du eine Aufwertung deiner Währung. Das ist ja auch teilweise nicht gewollt, aber du löst damit keine Lieferketten. Selbst die Notenbäcker gestern bei dieser EZB-Veranstaltung haben ja gesagt, ja, also wir können versuchen, hier Geld zu drucken, aber Lastwagenfahrer können wir nicht drucken. Und das ist genau das Problem. Da ist also einiges im Argen. Und wir hatten ja schon gesehen, ich hatte das heute Morgen gezeigt, dass etwa in US-Schulen die Essensversorgung gar nicht mehr sichergestellt werden kann, weil zum Beispiel in den Cafeterias kein Personal zu finden ist, weil die entsprechenden Nahrungsmittel nicht geliefert werden können, weil es die entsprechenden Nahrungsmittel nicht gibt zum Beispiel, weil sie schlichtweg nicht die Lieferketten überstehen. Und all das deutet darauf hin, dass wir hier in einer sehr, sehr schwierigen Situation sind. Das hat heute auch Sherlock Paul bei der Anhörung vor dem US-Kongress gesagt. Ja, wir sind so in der Spannung, hat er gesagt, zwischen Inflation und Employment. Naja, Employment, wir haben mehr offene Jobs in den USA, wie übrigens auch in Deutschland, als Arbeitslose offiziell. Das heißt, wo ist das Problem mit dem Employment? Wer arbeiten will, der kann es in der Regel. Klar, wir haben viele Arbeitsplätze, die eben eine gewisse Qualifikation voraussetzen, die eben nicht alle haben. Und dann kam wieder mal das fast schon süß wirkende Still Expect Inflation T... Sie wissen, was damit gemeint ist. Sven Hendrik kommentiert sarkastisch, der Optimismus stirbt erst langsam und dann ganz plötzlich. Und wir sind jetzt in dem Moment, wo der Optimismus ganz langsam noch stirbt, aber dann wahrscheinlich sehr plötzlich. Was ist eigentlich Inflation, meine Damen und Herren? Es ist die größte Steuer, die es überhaupt gibt, ohne dass sie als Steuer bezeichnet wird. Denn was ist Inflation? Warum entsteht Inflation? Weil die Regierung so viel Geld ausgibt, dass vorher durch die Notenbanken gedruckt werden. Das ist praktisch Teile des Wertes des Geldes, das man besitzt, auf sie überträgt. Das heißt, man wird ja faktisch damit enteignet, also eine herbe Steuer, die nicht als Steuer bezeichnet wird. Das ist das eigentliche Problem an dieser ganzen Inflation. Das merken wir uns, wenn wir gleich dann nochmal zum Thema Inflation kommen. Hier mal ein Beispiel aus den USA. Dollar Tree ist so eine Billig-Euro-Kette. Da ist ja das Motto, die Marke geradezu, alles kostet einen Dollar und nicht mehr. Und jetzt hat man mitgeteilt seitens Dollar Trees, dass man für manche Produkte die Preise über einen Dollar anheben muss. Für Selected Items, wie man hier sagt. Also nichts ist sprechender, als wenn ein Unternehmen, dessen Gründungsmythos darin besteht, sozusagen alles für einen Dollar zu verkaufen, dann sagt, wir werden die Preise über einen Dollar anheben. Dann ist eigentlich alles klar. Jetzt mal zu dieser ganzen Geschichte Lieferkettenprobleme, Abkühlung der Wirtschaft. Opel heute das Werk in Eisenach mitgeteilt bis Jahresende geschlossen. Volkswagen schließt, andere schließen, weil es eben die Chips nicht gibt. Warum gibt es nicht die Chips? Wegen den Lieferketten, aber vielleicht, weil manche auch nicht liefern wollen. Diese Frage müssen wir vielleicht auch mal stellen Richtung Asien, Richtung China vor allem. Aber wir können es nicht beweisen. Jetzt kommen wir mal zu dieser Energiekrise, die das Ganze jetzt so schwierig macht. Wir sehen hier UK Gas Futures Preise über 250 Cent. Das erste Mal, dass das passiert. In Deutschland die Electricity Prices so hoch wie seit zehn Jahren nicht mehr. Und auch in Asien erreicht Flüssiggas etwa ein neues Allzeithoch. Hier sehen wir mal Erdgas, Natural Gas, den Benchmark Future für eben praktisch den europäischen Markt hier. Da sind wir jetzt auf einem neuen Allzeithoch. Na klar, aber wir haben jetzt eine 26-Fachung seit dem Mai letzten Jahres. Damals natürlich totaler Lockdown noch oder alles am Boden. Aber wir sehen, das ist jetzt völlig außer Kontrolle. Das ist praktisch nicht mehr einzufangen. Man muss hoffen beten, dass das irgendwie wieder weggeht. Dann haben auch die Märkte eine Chance. Aber warum sollte es weggehen? Das ist die Frage. Wenn eben jetzt das Wetter kälter wird, dann könnte das so langsam eben diese Versorgungslage noch verschlechtern. Chart-technisch sieht der Energiesektor, obwohl er überkauft ist inzwischen, nach wie vor sehr, sehr gut aus. Makrocharts zeigt hier ähnliche Chartmuster aus dem Jahr 2002, 2009 und 2016. Da sind die Preise noch deutlich weiter gestiegen. Und China kriegt jetzt so ein bisschen Panik, hat jetzt gesagt, wir müssen unter allen Umständen sicherstellen, dass wir hier die Versorgung mit Elektrizität aufrecht halten können. Man ist also bereit, alle Preise zu zahlen, die es möglich machen, dann eben diese Versorgung sicherzustellen. Denn das dürfte dann Rohstoffen weiteren Auftrieb verleihen, bestimmten Rohstoffen zumindest. Und China hat ohnehin ein Riesenproblem. Ähnlich wie der Westen, aber noch viel radikaler. Was bedeutet das, wenn man sagt, ja wir müssen unter allen Umständen hier die Versorgung aufrechterhalten? Dann bedeutet das, dass überwiegend staatliche Unternehmen viel mehr Geld ausgeben müssen für diese Rohstoffe, für diese Versorgung mit Elektrizität. Und das bedeutet, dass sie das aber nicht an ihre Kunden weitergeben können in China. Und das ist eine dramatische Situation. Hier sieht man, dass die Verbraucherpreise, also dass die Erzeugerpreise, die Inputkosten für die Unternehmen in Relation zu den Verbraucherpreisen noch nie so negativ waren. Never ever in den letzten Jahrzehnten. Das heißt, die staatlichen Unternehmen, die verbrennen Geld ohne Ende. Und das ist ein Riesenthema eines Staates, der ohnehin leichte Probleme hat, um es mal vorsichtig zu formulieren. Aber die haben wir auch hier in Deutschland, etwa die Verbraucherpreise, 4% jetzt gestiegen, Nahrungsmittel. Das trifft ja dann jeden 4,9%, wie heutige Daten zeigen. Und das Ganze mal in eine Perspektive zu setzen, so Holger Cipic, als wir das letzte Mal über 4% waren, da war der Leitzins bei 6%. Jetzt ist nicht absehbar, dass die EZB in irgendeiner Form irgendwann mal den Leitzins anheben wird. Und jetzt sagt hier die Commerzbank in Reaktion auf die Daten heute, ja, also okay, wir haben natürlich die Basiseffekte, die dann weniger werden. Wir hatten ja im letzten Jahr, also praktisch im Vergleichsjahr, sehr, sehr tiefe Preise. Jetzt dementsprechend natürlich der Vergleich zu den Vorjahresmonaten extrem. Aber selbst wenn das abeppt, sagt die EZB, wird die Versorgung, die die EZB den Staaten geben muss. Und wir denken da an ein paar Staaten, die eigentlich eher so im Süden liegen. Das wird weitergehen müssen, sodass viel zu viel Geld im Markt ist, so die Commerzbank. Und das ist die Basis für langfristige Inflation, für eine längerfristige Inflation. Und das könnte eben auch für die Märkte, für die Aktienmärkte jetzt ein Problem werden, wenn eben die Inflation viel länger dauert als gedacht. Und da eben die Notenbanken jetzt in der Zwickmühle sind und all jene, die eben sagen, Stocks always go up, die könnten vielleicht im nächsten Jahrzehnt ein Problemschirm bekommen, möglicherweise. Nämlich diese Generation Z, die ja nichts anderes gewohnt sind, als dass Märkte immer steigen, weil Notenbanken allmächtig sind. Und wenn wir dann erleben aber in diesem Jahrzehnt, dass die Notenbanken vielleicht nicht allmächtig sind, weil sie keine Lastfahrer drucken können und keine Lieferkettenprobleme lösen können durch Geld. Sondern eben die Lieferkettenprobleme und die fehlenden Lastwagenfahrer und fehlende, keine Ahnung welche Arbeitsplätze dafür sorgen, dass die Preise massiv nach oben gehen, die Löhne massiv nach oben gehen. Dann nützt dir das Gelddrucken nichts. Dann musst du auf die Bremse treten. Wenn du auf die Bremse trittst, dann wirkst du die Wirtschaft ab. Eine miserable Situation, muss man sagen. Und wir schauen uns mal hier den S&P 500 an. Das ist jetzt nicht der Befreiungsschlag am Quartalsende. Normalerweise ja optimal für Window-Dressing, dass da nochmal schön was reinfließt. Wir sind ja durch den 50er-Tagesdurchschnitt gefallen. Mit diesem Abverkauf dann der Versuch, technische Erholung, wieder herangelaufen an die 50er, kurz überwunden. Jetzt sind wir wieder unter dem 100er-Tagesdurchschnitt. Und hier unten sehen Sie dann noch den 200-Tagesdurchschnitt. Das wäre etwa bei 4.150 Punkten. Die nächste Unterstützung beim S&P 500 bei 4.300 Punkten. Aber schauen wir uns mal an, welche Branchen normalerweise in einem solchen Umfeld dann ganz gut laufen. Wenn also zum Beispiel die Renditen für Staatsanleihen weiter nach oben gehen, aufgrund dieser Inflations-Stagflations-Situation, dann laufen Finanzwerte in der Regel gut. Und Energiewerte besonders gut. Was nicht gut läuft, sehen Sie unten. Real Estate, Consumer Stables und Utilities, also Versorger. Aber wir sehen jetzt, meine Damen und Herren, und das ist sehr, sehr erstaunlich. Wir haben ja extreme Dollarstärke derzeit. Der Dollar ist nach oben ausgebrochen. Aber Gold hat heute den Turnaround geschafft. Und wir sehen, dass hier beim Gold ein Doppelboden gehalten wurde. Dann ist der Kurs nach oben gegangen. Bei den Goldminers, also bei den Goldproduzenten, sehen wir auch, dass eine wichtige Trendlinie verteidigte wurde. Da sollten Sie mal reinschauen. Da ist ein Video mit dabei, ein Charttechnik-Video, das erklärt, was da passiert ist. Und was wir jetzt erwarten können, packe ich unter das Video. Ebenso wie hier diesen Artikel meines Kollegen Wolfgang Müller, erster Verlustmonat, nämlich der September, bringt Oktober die Wende. Vielleicht, Wolfgang Müller sagt, wenn das nicht Anfang Oktober passiert, weil dann ja neues, frisches Geld reinfließt, normalerweise in die Märkte durch ETF-Sparpläne etc., dann wird es schwierig. Lesen Sie auch diesen Artikel, den packe ich Ihnen auch unter das Video. Normalerweise ist auch in einem Jahr, wo der Präsident, im ersten Jahr, in dem der Präsident, der neue Präsident im Amt ist, auch der Oktober nicht so wahnsinnig gut. Etwas besser als der September. Aber schauen wir mal, wie es diesmal rausgeht. Normal dann der November und Dezember gut. Aber jetzt haben wir eben eine sehr außergewöhnliche Konstellation. Inflation, Stagflation, machtlose Notenbanken. Das ist jetzt noch nicht sicher. Aber wenn die Energiepreise weiter nach oben gehen, dann werden die Löhne auch weiter nach oben gehen müssen. Und was sollen die Notenbanken dann tun? Das ist die große Frage. Und ist dieses Szenario eingepreist in den Aktienmärkten? Ich glaube nicht, meine Damen und Herren. Jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Feierabend und verweise auf diese zwei Artikel Must Read. Servus, ciao.